Die Bettelkönigin Ein Buch von Irene Stratenwert und Thomas Bock mit Illustrationen von Hildegard Wohlgemut Maruschka ist die ungekrönte Königin am Brunnen, inmitten der großen Stadt, wo Bettler, Biertrinker und Obdachlose sich treffen und Kinder eigentlich nichts zu suchen haben. Doch Felix und Fienchen lieben die kleine, runde Frau mit dem Roller und den bunten Bildern. Nur ihre 20 Kinder, mit denen sie lebt, hat bisher niemand gesehen. Je verändert eine Schlägerei das Leben am Brunnen. Maruschka flieht nach Paris, kommt aber nie dort an. Auch Fienchen verschwindet spurlos. Felix begibt sich auf die Suche und entdeckt, dass seine ungleichen Freundinnen beide ihre Geheimnisse haben. Mittwoch, 23. März Fernsehen ohne Fernseher Oder Felix hat Fragen Bin schizophren, male gern. Die Worte von Maruschkas Schild gingen Felix nicht mehr aus dem Sinn. Das schien ein Zusammenhang zu gestehen. Felix hatte sich schon gefragt, ob jemand, der gern malt, vielleicht deshalb schon schizophren war. Wie gut, dass ihm das Malen so zuwider war. Das schien ein wirksamer Schutz. Was aber bedeutete schizophren? Jedenfalls ein hässliches Wort. Felix ging zur Bücherwand. Seit Vater zum Geburtstag ein Lexikon in mehreren Bänden bekommen hatte, wusste er, wo er meistens eine Antwort fand. Schizophrenie ist gleich Geisteskrankheit. Gespaltenes Irresein stand da. Schlauer war er damit auch nicht. Geisteskrank Dieses Wort wollte einfach nicht zu der dicken, freundlichen Maruschka passen. Wer geisteskrank war, das wusste Felix, der kam zum guten St. Georg. Das hatte er jedenfalls schon mal gehört. Das war wohl so eine Art Irrenanstalt, ein bisschen außerhalb der Stadt. Felix war noch nie dort gewesen. Besonders gespalten kam ihm die dicke Frau aber auch nicht vor. Doch warum hatte sie diesen Schwerbehindertenausweis? Schwerbehinderte fahren Rollstuhl, dachte Felix, nicht Roller. Felix war eine Forschernatur. Was er wirklich wissen wollte, das bekam er auch heraus. Aber dies hier schien ein besonders kniffliger Fall zu sein. Alle, die er bisher gefragt hatte, hatten etwas anderes gesagt. Felix musste nachdenken. Nachdenken konnte er am besten, wenn er sich unter den Couchtisch im Wohnzimmer legte. Das war sein Lieblingsplatz, schon seit er ganz klein war. Wenn er sich auf den Rücken drehte, mit dem Kopf zum Fenster, konnte er zwischen der Tischkante und dem Gardinenbrett ein kleines Stück Himmel sehen. Davon wurden seine Gedanken klar und weit. Wenn er auf dem Bauch lag, sah er die vier knubbeligen Füße des Sessels, den sie aus Opas Wohnung geholt hatten, als er ins Altersheim gegangen war, und dahinter ein Stück Heizung. Das war ein sehr vertrauter und beruhigender Anblick. Diesmal ging er zuerst in sein Zimmer. Er kletterte auf sein Bett und angelte den großen Weltatlas vom obersten Regal herunter. Er schlug die Doppelseiten Australien und Neuseeland auf. Dazwischen hatte er Maruschkas Bild gesteckt. Sein Bild. Er nahm es mit an seinen Lieblingsplatz, legte sich auf den Bauch und betrachtete es genau. Es war ein merkwürdiges Bild. Das ganze Blatt war voller Farben. Maruschka hatte wirklich keinen Quadratzentimeter weiß gelassen. Seltsame Gestalten tummelten sich auf diesem Bild. Sterne mit Füßen, Katzen, Schlangen, Fabelwesen. Über allem thronte ein riesiger, feuerspeiender Vogel. Im Hintergrund sah man Hochhäuser. Aus manchen Fenstern blitzten Augen. Nach den zwanzig Kindern, die Maruschka angeblich gemalt hatte, suchte Felix vergeblich. Es hatte ziemlichen Ärger gegeben, als er gestern Abend mit diesem Bild im Schulranzen nach Hause gekommen war. Mama war sauer gewesen. Den ganzen Nachmittag unterwegs, ohne Bescheid zu sagen. Und dann auch noch die neue Stifte verschenkt. Aber Felix war von all seinen Erlebnissen so beeindruckt gewesen, dass er es einfach nicht geschafft hatte, seiner Mutter irgendeine Lügengeschichte über die verschwundenen Stifte aufzutischen. Mit gewissen Abstrichen und Auslassungen hatte er also von seinem Nachmittag mit Fienchen und Maruschka erzählt. Daraufhin war Mama ganz still geworden. Du machst mir Sorgen, hatte sie nur gesagt. Wir werden das Ganze am Wochenende mit deinem Vater besprechen und über Konsequenzen nachdenken. Konsequenzen, das wusste Felix schon, versprachen selten Gutes. Fernsehverbot, Rausgehverbot, Taschengeldkürzung, sowas nannten seine Eltern Konsequenzen. Er konnte sich schon vorstellen, wie Papa reagieren würde. Er war nämlich, anders als Mama, nicht der Meinung, dass Bettler irgendwie bedauernswerte Menschen waren. Er würde seine eiskalte Gänsehautstimme kriegen und sagen, das fehlt mir gerade noch, dass der Junge sich mit einer verrückten Bettlerin auf der Straße herumtreibt. Dabei würde er nur Mama angucken. Die würde wahrscheinlich anfangen zu heulen. Und Felix würde sich mit einem ganz miesen Gefühl davonschleichen. Und die Eltern würden sich wieder den ganzen Abend streiten. Er hatte Mama das Bild von Maruschka gezeigt. Sie hatte es still angeguckt und ein bisschen gesäuft. Sie hat gesagt, dass sie schizophren ist, hatte Felix dazu erklärt. Mama war schließlich Krankenschwester und musste wissen, was das bedeutet. Aber bei diesem Wort hatte sie noch erschrockener ausgesehen als vorher. Felix hatte das Bild schnell weggepackt. Heute hatte er Maruschkas Bild mit in die Schule genommen. Herr Hansen verstand schließlich was von Kunst. Felix hatte ihn vor der Pause abgepasst und ihm das Bild gezeigt. Er hatte dem Lehrer erklärt, das habe eine Dame aus unserem Bekanntenkreis gemalt. Als wäre die Maruschka eine Bekannte von seinen Eltern oder so. Und irgendjemand hat gesagt, die ist schizophren, hatte er noch eingeflochten. Wissen Sie vielleicht, was das heißt? Herr Hansen war mächtig beeindruckt von dem Bild. Und dann hatte er erklärt. Schizophrene Menschen können Stimmen hören, die andere nicht hören. Und Bilder sehen, die andere nicht sehen. So wie Fernsehen ohne Fernsehapparat. Oder Träumen ohne Schlaf. Manche von ihnen können besonders gut malen. Aber schizophrene Menschen sind auch besonders empfindlich. Besonders dünnhäutig, könnte man sagen. Und deshalb sind sie manchmal leicht verletzbar. Vielleicht hat die Maruschka deshalb immer so viele Röcke an, weil sie so eine dünne Haut hat, dachte Felix und drehte sich auf den Rücken. Er starrte in ein Stück blauen Himmel, auf dem kleine weiße Wolkenfätzchen vorbeijagten. Herr Hansen hatte gesagt, dies sei nun zwar nicht das Bild von seiner Familie, aber doch das interessanteste Bild von einer Familie, das er überhaupt jemals gesehen hätte. Felix hatte die vage Hoffnung, dass die Sache mit der Hausaufgabe damit vielleicht erledigt wäre. Aber ganz im Gegenteil. Herr Hansen gab Felix das Bild zurück und sagte aufmunternd, nun bin ich aber besonders gespannt, lieber Felix, was du uns für ein Bild von deiner Familie zeichnen wirst. Fienchen hatte ihr Bild schon abgegeben, das hatte Felix gesehen. Sie hatte so eine Art Märchenschloss gezeichnet. Aus jedem Fenster guckte ein lachendes Kind heraus. Und neben dem Schloss stand eine bunte, dicke Frau, die sah fast aus wie die Maruschka. Dieses Bild hatte Herr Hansen sofort akzeptiert, obwohl er sich ja wohl denken konnte, dass Fienchen nicht in einem Märchenschloss wohnte. Carlo hatte Felix zuletzt gefragt. Carlo war zwei Klassen höher. In Mathe war er eine Null, aber sonst wusste er fast alles. Carlo meinte, Schizophren sei ganz klar ein Schimpfwort. Das hätte er schon öfter bei den Jugendlichen gehört. So ähnlich wie total beknackt. Kann man sich vorstellen, dass sich jemand mit einem Schild um den Hals hinstellt, wo ich bin total beknackt draufsteht? Dabei schien die Maruschka richtig stolz darauf zu sein. Andererseits, sagte Felix und drehte sich dabei wieder auf den Bauch. Wenn ich fernsehen könnte ohne Fernsehapparat, wäre ich wahrscheinlich auch stolz darauf. Und dann geht's auf den Bauchkopf. Und dann geht's auf den Bauchkopf. Und dann geht's auf den Bauchkopf. Vielen Dank.